Kann die alte Mann aufhören zu jammern, bitte? Ja, das war sehr unklug, das war sehr unklug. Aber ich helfe dir wenigstens hoch, nachdem ich dich schon tanzen bin ich ab. Das ist sie wieder gestreckt. Danke man, Deckung. Lade nach! Ach fress es! Mach immer da gleich. Du ruf dein Licht auszumachen, da warst du das Problem. Boah, guck mal wie das hier aussieht. Oh oh. Boah, diesmal haben wir echt wenig Leben, nachher. Gruselig. Wohin müssen wir? Kein klar. Ist jetzt plötzlich langsamer geworden? Oh, ich lieg am Boden. Boah, Gott, so gespielt. Irgendwas in Charger? Ja, der hat mich grad außer Gefecht. Also mir in den Bot gehts gut hier oben. Ich bin tot. Ich hab gesehen, dass unter mir alles brennt, aber... Ja, da lag ja nur Marvin noch, aber... Nö, ich bin hier hochgesprungen. Ach so. Ich dachte, du wärst down. Ja, dann ist ja gut. So, wo müssen wir denn hin? Eine Frage. Bill, du solltest dich erstmal verarzten. Hey, wo bist denn du? Lauf mal, in der Kundschaft sind mal die Gegend hier. Oh, da oben ist Sarah. Jetzt schon? Eieiei. Geil. Oh nein, Marvin raus da. Marvin liegt. Da ist noch ein Charger. Geil. Hey, dank dir. Nein, du bist da. Wieder zum weiter. Geschmacklos. Mach die Tür zu, vielleicht kommst du dann auch wieder hierher. Ich brauche dir hier mal Hilfe. Ja, wieso bin ich denn hier? Nein, Charger. Oh, fuck. Oh, ich bin da auch umgehauen. Ouch. Los, mach schon, mach schon, mach schon. Jetzt. Na super. Oh je. Wir kommen. Langsam, aber ich komme. 60. Hab ich sie. Ich bräuchte mal Hilfe. Ich kann dich von der Ohren umlaufen. Ey, diese Sprungsteuerung macht mich wahnsinnig. Yay, Medikit. Deck mich. Hat sie es doch gelohnt, der Abstecher hier. Jetzt haben wir mehr. Nur eins. Jo. Oh, ich habe noch eins. Und eine Machete. Waffen. Halt durch. Das hier hilft. Oh, danke. Und Spucke. Ja, ich habe nicht alles voll jetzt. Ich brüchte. Oh, da war irgendein Funkspruch. Ja, irgendein Funkspruch. Naja, wir müssen ins Haus. Welches? Das Haus, wo ich und Sarah gerade drinnen waren. Hier. Oh, Zombie. Hallo? Oh, hier hat es mir die Kids. Oh, wir müssen die Kraft durchhalten. Genau. Oh, lass mich doch in Ruhe. Mein Gott. Shotgun. Beste Waffe im Spiel. Wir sind bereit zur Deckung. Ich glaube, ich habe ein Zombie mitgebracht. Gibt es aber irgendwie ein zweites Geschoss? Nein. Oh, hier gibt es gar keine Tür mehr. Boah. Boah. Hier ist ein, äh, so'n, so'n... Äh, was ist explodiert. Alles rausschmeißen. Granate! Wir müssen auch weg vom Fenstern bleiben, würde ich sagen. Sonst holt uns gleich so ne Zunge. Und so'n, die hier ist ja so'n, das zu schuldigen. Boah! Oh! 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 schon mit hoch. Na dann. Da lässt du die Tür vielleicht offen. Nein, ein Chockel ist bei mir. Shit. Draußen. Achtung mal, da kommen jetzt ganz viele. Da unten liegt noch dieses Ding, genau das. Nein, das habe ich gerade in die Luft gejagt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen unklug, aber gut. Wie lange müssen wir denn durchhalten? Hilfe kommt. Dann, dass sie da sind. Wo war noch mal die Muni? Ach, unten. Nein. Hier an der Treppe ist gar nicht so schlecht zum fighten, weil da können die echt nur von oben und von unten kommen. Hier ist gar keine Wand. Ach, schön. Hm. Boah, das war eine scheiß Idee hier runter zu gehen. Uiuiui. Ich krieg noch ein Medikit, genau. Irgendwann kommt ein Charger oder ein Tank. Wackelt, ja. Ich habe eher ein Tank sogar. Wackelt, ja. Irgendwie wackelt mein Bild. Ja, ja. Das ist der Tank. Der irgendwo ist. Ah, hier unten. Ich habe ihn gefunden. Wow. Komm, direkt in die Fresse. Der Tank. Der Tank. Alter. Wie schlimm ist es? Wird schon wieder. Hoch mit dir. Lade nach. Lade nach. Lade nach müssen dann. Äh, Zunge. Da kommt sie. Danke, dass du erstmal auf mich schießt und dann... Oh, mich hat ja keiner Muni mehr. Wuhu. Unten hat's Muni. Oh, Charger. Oh, Charger. Oh, Charger. Hm. Alter, aber dann müssen wir jetzt hier warten. Nein. Ich bin raus... Ich bin rausgefallen direkt an den Spitter. Oh, shit. Weg da. Ich muss die Tür rein. Zunge. Ich hänge an der Zunge. Danke. So, Jockey direkt neben uns, Kevin. Jetzt nicht mehr. Boah. Da ist die Frage, wie lange wir hier durchhalten müssen. Lade nach! Äh, ich mach's nicht mehr lange. Oh Charger Hank Hier unten Da kommt hier das Fenster hoch Hink down Der Laster ist da Gehen wir Ja Bando wo ist er Keine Ahnung Ich sehe ihn auch nicht Nein Chucky Da ist der Laster Immer mir nach Ich bin drin In der Säure verreckt Weinst du es kommt doch hier hin Ich hab dir sehr schön gemacht Ich liege auch noch auf dem Dach Der Chucky hat mir schön den Weg zum Laster gezeigt Ich glaub grad bis vom Dach gefallen Hashtag war wohl nichts Was von der Ziele in der Säure verreckt Eine Stunde Fürs ganze Level Ja Da haben wir auch nur einen Neustart gebraucht Ja stimmt Stattweil sind wir Pros Fast 3 in den Nahkampf Du bist mir einer Aber dafür auch 12 Medikids Verbraten 707 getötete Ich hab am wenigsten Schaden Obwohl ich drauf gegangen bin Das kann ja wohl Nein Ich hab mich drauf Bist du mit dir Das kann ja wohl Ich hab mich drauf Das kann ja wohl Ja Ich hab mich drauf Ich hab mich drauf Ich hab mich drauf Vielen Dank.